willkommen anleger willkommen trader zum aktienmarktaustieg am 19.05.2020 wir bereiten uns auf die zweite aufwärtswelle vor und ich werde heute erklären warum die bären auf einem auge blind sind fazit vorweg der pessimismus ist falsch es gibt sehr viele gründe optimistisch zu sein das heutige webinar wird wie immer freundlich unterstützt von der börse stuttgart ihr wisst ja derivate handelt man in stuttgart wenn wir bei traderfox ein derivatives produkt kaufen dann platzieren wir den auftrag bei der börse stuttgart dort hat man meist im bruchteil einer sekunde eine ausführung derivate handelt man in stuttgart zum was ich noch sagen muss bevor ich zu meinem aktienausblick komme ihr wisst das ja ich gebe keine empfehlungen ich teile lediglich meine sicht auf der dinge mit ich spreche heute über trading szenarien die sich auch ändern können also bitte sprechen nicht in einem jahr an ich hätte in einem webinar positiver über eine aktie gesprochen und er hat sie nicht positiv entwickelt kann sein aber ich gebe ja erstens mal euch keine empfehlungen ich würde mir niemals anmaßen euch zu sagen was ihr tun sollt sondern ich stelle meine derzeitige sicht der dinge da wie sie am 19.05.2020 aussieht es kann sein wenn in vier wochen in amerika trump stirbt und ein sozialist kommt an die macht dass ich eine komplett andere meinung habe es ist meine meinung am 19.05.2020 ich hoffe das ist verstanden ich stehe hier weiter gefühlt als einziger bulle und ich fühle mich sehr wohl damit rückblick 1 sie müssen uns nicht lange darauf auf mit aufhalten wir bei traderfox haben die v wende perfekt erkannt wir haben das kleine v perfekt gehandelt und wir haben sehr sehr viel geld verdient mit dem trade zwei wir den wendepunkt gut erkannt haben es war kein zufall sondern es war corona peak wir haben die corona peak these perfekt gehandelt der höhepunkt der corona infektionswelle in kern europa war auch der tiefpunkt an den märkten rückblick 2 alle trading depots die wir haben sind jetzt auf allzeit hoch trading sektion deutschland allzeit hoch trading sektion usa allzeit hoch tenberger depot allzeit hoch super performance aktien relativ jung auch allzeit hoch also wir machen derzeit vieles richtig was sind die themen heute ich bespreche die erste aufwärtswelle damit wir verstehen was gerade überhaupt passiert ist ich stelle unsere depots strategie vor und ich erkläre wie wir jetzt uns für die zweite aufwärtswelle vorbereiten welche aktien wir kaufen welche aktien das höchste potenzial haben bestandsaufnahme ich zitiere jetzt mal die arde es ist nicht vorbei im gegenteil was die wirtschaftlichen folgen der corona krise angehe so könnte diese die welt noch eine ganze weile schwer belasten so der chef der amerikanischen notenbank fd sharon powell für das was gerade passiert gäbe es keine beispiele aber eines könne er sagen die us-regierung und andere regierungen und institutionen auf der welt hätten schnell und massiv gehandelt das sei wichtig und richtig gewesen tagesschau kein ende der massen entlassen in den usa innerhalb einer woche ist die zahl der arbeitslosen und weitere drei millionen gestiegen durch die corona pandemie verloren insgesamt 36 millionen us-bürger ihre arbeit also die negativen nachrichten die halten an und das macht es für viele menschen so unglaublich schwer eine piste eine pessimistische einschätzung auf den aktien oder für den aktienmarkt zu entwickeln aber faktencheck liegen wir hat sich die situation verschlimmert schaut euch mal mein webinar von vor vier wochen an da war dieser pfad schon vorgezeichnet als alles was hier passiert ist im rahmen von dem was die märkte erwarten und was der erwartungshaltung entspricht weitere negative nachrichten amerikas wirtschaftsleistung kann jetzt im zweiten quartal um 30 prozent sind das sind die starkzahlen dieser tage 30 prozent einbruch der wirtschaftlichen aktivität auch gestern hat john power auf cnn ein gutes interview gegeben bitte mal anhören die aktienmärkte im auge des taifuns es mehren sich die anzeichen dass der kurs aufschwung nicht nachhaltig ist wie die nadine oberhuber die redakteurin darauf kommt weiß ich jetzt nicht also aus meiner sicht mehren sich die anzeichen dass alles sehr nachhaltig ist und aus meiner sicht mehren sich die anzeichen dass sich alles zum guten entwickelt warren buffett trennt sich von goldman 6 aktien warren buffett warnt auf der virtuellen hauptversammlung im mai vor weiteren risiken und sagt oder wählt als vergleich zur finanzkrise dieses mal haben wir den zug von den gleisen geholt und daneben abgestellt im unterschied zur finanzkrise wo der zug quasi immer noch auf den gleisen war und die gleise nur müssen halbricht waren also auch warum buffett extrem pessimistisch er erhöht seine cash bestände er warnt vor aktien er sagt wenn man jetzt kauft man sehr sehr viel zeit oder sehr sehr risikobereitschaft mitbringen das negative sentiment ist der hammer weitere meldungen usa melden stärksten wirtschaftseinbruch seit 1959 eine rezession mit tiefen narben droht sagt auch der notenbankchef jerome paul also massiv schlechte nachrichten massiv schlechte sentiment es gibt hier puzzeteile die man begreifen muss um den markt zu verstehen das erste puzzeteil ist die zentralbanken und die neue monetäre theorie das zweite puzzeteil sind die neuen wirtschaftsstrukturen das dritte puzzeteil ist die erkenntnis dass kobe 19 gut kontrollierbar ist die menschen sagen immer noch man weiß ja über dieses virus so wenig und wir wissen es alles nicht was alles komplett falsch ist wir wissen also gut wie alles es ist schon sehr gut dokumentiert sehr gut erforscht wir kennen die makro wirkwirkungsmechanismen des virus wir können damit umgehen es ist gut erforscht es ist unter kontrolle alles andere ist einfach nicht richtig das vierte puzzelstück ist dass jetzt wie fast noch nie eine geschichte schöpferische zerstörung stattfindet und auf all die dinge möchte ich haupt augenmerk wenn ihr mal unter dem begriff new monetary theory schaut oder mal googelt wir machen das vielleicht mal gemeinsam dann werdet ihr eine neue theorie richtung erkennen die seit zehn jahren wirklich sehr sehr kontrovers aber auch konstruktiv diskutiert wird in ökonomischen fachkreisen modern monetary theory lest auch euch auch mal durch was die auf wikipedia dazu steht das ist ganz gut um den überblick zu gewinnen sprich ich möchte das jetzt nicht vorlesen ich sage mal kurz worum es geht also die ökonomen intellektuelle arbeiten daran das geldsystem auch komplett neue grundlagen zu stellen das jetzige geldsystem 50 jahre lang so funktioniert dass die zentralbanken eine monetäre basis vorgegeben haben und über die geschäftsbanken hat dann der geldschöpfungsprozess stattgefunden wir hatten zentralbanken wir hatten geschäftsbanken wir hatten realwirtschaft aber seit einiger zeit ist dieses modell gestört es hat sehr viel mit regulatorischen maßnahmen zu tun dass die politik nicht möchte dass die banken ins risiko gehen aber geschäftsbanken die nicht ins risiko gehen dürfen können auch im sinne der alten geldpolitik diese geldpolitik nicht mehr betreiben die modern monetary theory sagt der staat hält das monopol über die geldschöpfung ergibt das der notenbank und jetzt tritt die notenbank direkt als finanziell der des staates in erscheinung die notenbank finanziert die staats ausgaben und anders als noch als in den letzten 50 jahren und jetzt kommt es wird die inflation nicht mehr über die zinsen kontrolliert sondern über die steuern der staat kann kraft seines monopols geld erschaffen ausgaben finanzieren wenn es zu viel geld gibt kann er dieses über steuern wieder abschöpfen sprich eine sehr schöne vorstellung der staat kann mit voller kraft die wirtschaft am laufen halten und wenn es zu inflation kommt erhöht er die steuern zum beispiel auch wirklich ein sehr starkes ein steuersystem wäre vorstellbar was wirklich auch die extrem gutverdienende extrem reichen dann abschöpft und jetzt ist hier meine einschätzung die alte garde der ökonom und notenbanker schimpfen sehr über diese modern monetary theory ich bin aber der meinung es ist ein richtiger schritt es ist ein richtiges verständnis unseres geldsystems und es ist diese art der modern monetary theory die gerade live ausgerollt wird da findet keine pressekonferenz statt also wir werden es nicht die us-regierung hören oder die die amerikanischen notenbank hören und sagen sie wechseln jetzt auf modern monetary theory werden sie nie in dieser deutlichkeit kommunizieren aber sie machen es aktuell aus nach meinem verständnis wird diese neue geldtheorie gerade implementiert hier robert redfeld auf twitter hat das hat man schön die ausweitung der bilanzsummen vorbereitet wie die notenbanken die zentralbanken gerade ihre bilanzen ausweiten und das ist ganz ganz wichtig für das für das markt verständnis die ganze aggregierte kaufkraft die auch jetzt durch diese krise verloren geht wird von staat und zentralbanken eigentlich komplett wieder aufgeführt keynes würde bestimmt vor freude heute im grab lachen wenn er das mitbekommen würde keynesianische nachfrage politik dann kommt noch ein weiteres stück hinzu wir müssen wirklich verstehen dass es auch wenn die 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 presse konzentriert sich immer auf die verlieren auf das was schlecht ist auf das was schlimmes passiert aber ich werde gleich zeigen dass es sehr viele gewinner gibt es gibt sehr viele wirtschaftsstrukturen die gerade so richtig am aufblühen sind alte wirtschaftsstrukturen werden aus der ökonomie entfernt und neue wirtschaftsstrukturen treten an deren stelle ich lese mal vor was schöpferische zerstörung bedeutet mein lieblingsthema darüber habe ich auch meine diplomarbeit geschrieben die schöpferische zerstörung ist ein begriff aus der makroökonomie dessen kernaussage lautet jede ökonomische entwicklung baut auf dem prozess der schöpferischen beziehungsweise kreativen zerstörung auf und durch eine neue kombination von produktionsfaktoren die sich erfolgreich durchsetzt werden alte strukturen verdrängt und schließlich zerstört die zerstörung ist also notwendig und nicht etwa ein systemfehler damit neue ordnung stattfinden kann beispiel für die schöpferische zerstörung pleitewelle bei den einzelhändlern amazon und andere online jobs stellen massig mitarbeiter ein das ist schöpferische zerstörung einzelhändler gehen pleite der versandhandel der online handel boomt in diesem sektor werden die jobs erschaffen jetzt fragt ihr mich hier im chat ob ich wo es weitere infos gibt ich stelle euch den link zu meiner diplomarbeit ein bewertet mit 1,3 ich verstehe es heute noch nicht warum ich keine 1,0 bekommen habe aber dann könnt ihr das mal dort erkläre ich meine diplomarbeit erkläre ich das konzept der schöpferischen zerstörung sehr ausführlich also wer sich dafür interessiert wer sich dafür interessiert kann das mal lesen ich suche übrigens gerade noch ich möchte eine doktorarbeit schreiben über die modern monetäre theory falls hier jetzt zufällig ein professor zuhört der mich betreuen möchte weil ich suche noch einen der mich betreut bitte bei mir melden also ich bin jetzt wieder ich habe kein wissensdurst nicht verarbeiten muss und das ist ein thema das mich wahnsinnig interessiert ok so viel zu meinen eigenen interessen an dieser stelle machen wir weiter mit dem webinar ein weiteres schlüssel ist dass man markteffizienz begreifen muss all diese horror nach die laut ausgesprochen werden die bekannt sind müssen uns keine sorgen mehr machen und ich glaube das zu begreifen ich oder anders formuliert ich glaube das haben wirklich nur vielleicht zwei prozent mehr fünf prozent aller marktnehmer begriffen all das das was wir jetzt lesen hier all das stärkste einbruch der bautätigkeit eine rezession mit tiefen atem droht warren buffett hat seine aktien verkauft hat cash bestände nach oben gefahren amerikas wirtschaftsleistung sinkt um 30 prozent all diese storytelling nicht storytelling all diese all diese beschreibung der wirklichkeit ist in den kursen enthalten damit man sich das vorstellen kann diese ganze bösartigkeit des ökonomischen abschwungs hat dazu geführt dass volkswagen bei 130 notiert oder anderes beispiel all diese bösartigen meldungen all diese verheerende situation ist die erklärung dafür warum daimler nicht bei 80 steht sondern bei 30 diese horrormeldungen die wir hier lesen sind die erklärung dafür warum eine airbus nicht mehr bei 140 steht sondern bei 54 aber all diese nachrichten sind nicht mehr dazu geeignet um ein bärisches szenario abzuleiten und das sind die aussagen der markt effizienz theorie in effizienten märkten können wir uns darauf konzentrieren fehler in der konsens meinung zu identifizieren wo wird ein bild der zukunft gezeichnet das aus unserer persönlichen sicht falsch ist wenn wir gute argumente entwickeln können warum die mehrheit der menschen da draußen die darum laufen und die so wahnsinnig pessimistisch sind die von zweiten und dritten wellen reden ich sagte immer scherzhaft ich glaube die vierte corona werde wird am schlimmsten wenn wir gut argumentieren können dass all diese menschen falsch liegen mit ihren ängsten mit ihrer skepsis dann ist das der schlüssel dafür dass die märkte sehr stark steigen werden und jetzt gebe ich euch mal die volle die volle bullenladung ich zeige euch wenn ihr bärisch seid dann zeige ich euch dass ihr vermutlich zu selektiv unterwegs seid dass sie euch nur von diesen schlagzeilen lenken lasst und dass er viele dinge die gerade passieren vermutlich nicht im blick habt das möchte ich euch jetzt zeigen bitte sagt mir wer wie viele bären gibt es wer bärisch schreibt mal bitte laut bär ein ich möchte den überblick bekommen wer ist ein bärisch wo sind hier die bären bitte schreibt einfach mal rein ich möchte einfach einen überblick bekommen wie viele sind und dann möchte ich euch danach fragen ob ich es geschafft habe euch davon überzeugen dass ihr vielleicht ein paar dinge die gerade passieren aus noch nicht genügend gewürdigt hat so seid ihr bereit schauen wir uns also an wie die schöpferische zerstörung tut walmart ist da draußen wirklich alles schlecht walmart der größte einzelhändler in den usa diese riesigen stores wo man eigentlich fast alles kaufen kann aber bevorzugt lebensmittel ist am allzeithoch die konsum nachfrage der amerikaner ist also offenbar entgegen all dem was mir hier liest intakt das ist nur zu einem teil auf hamsterkäufe zurückzuführen ein anderer teil ist wirklich dass diese kauf diese aggregierte nachfrage wirklich intakt ist weil ein arbeitsloser bekommt in den usa allein vom staat 600 us dollar arbeitslos unterstützung pro woche pro woche das ist mehr geld das helikopter geld das ist mehr geld als man es als manche im niedriglohnsektor verdienen walmart der große einsender der usa ist im allzeithoch macht blendende geschäfte nvidia meine beste aktie ich habe gestern die 1000 prozent mit diesem wert gefeiert ich bin long und ich bleibe long mein preisziel ist 450 bis 500 dann erwäge ich jetzt einen teilverkauf nvidia ist sinnbildlich für die erschaffung der neuen wirtschaftsstrukturen cloud der die a100 die neue gpu die letzte woche vorgestellt wurde beschleunigt viele prozesse rund um deep learning um den faktor 20 wieder ein quantensprung den nvidia hier hingelegt hat nahezu alle großen cloud betreiber amazon oracle alibaba microsoft mit der azure sind bereits kunde bei nvidia und wollen auch diese a100 gpu bei sich in den clouds einbauen nvidia baut das gehirn des internets ich bin long activision blizzard wieder eine aktie die jetzt steigt und steigt im schönen aufwärtstrend drin ist elektronische produkte gaming als unterhaltungsprodukt nummer eins das heißt das leben kommt nicht zum erliegen die menschen gehen nicht raus sie gehen nicht in eine bar sie bleiben drinnen und geben geld aus für digitale güter das heißt dass der konsum er bricht nicht komplett ein er wird auch verlagert verlagert auch diese sektoren neue energien solar edge wir sind long im tenberger depot wir haben zu 90 us dollar gekauft wir sind jetzt 50 prozent im plus im tenberger depot sind wir mit teladoc übrigens 80 prozent im plus mit nvidia hier nvidia ist auch im tenberger depot sind wir auch schon 50 prozent im plus tenberger depot übrigens auf raketenflug geht steil nach oben delivery hero wieder ein beispiel für die neue wirtschaftsstruktur wir gehen nicht mehr in restaurants wir greifen auf lieferdienste zurück und bestellen dort essen die bringen uns das essen an der haustür wenn wir in ein restaurant gehen sind weniger arbeitskräfte erforderlich als beim lieferdienst wir haben einen immensen aufbau einer lieferinfrastruktur sartorius wieder eine aktie die sich auch allzeit hoch bewegt medizintechnik gesundheitsbranche die bedeutung der gesundheitsbranche hat sich erhöht die ausgaben im gesamten gesundheitssektor werden in nahezu allen ländern erhöht wir pharmak konzerne medizintechnik konzerne biotech und auch die medizintechniker profitieren der ganze sektor hausiert diese branche hausiert zum video communications man könnte auch sagen slack man könnte auch sagen ring central es gibt dutzende beispiele von unternehmen die hier in dieser welt der digitalen kommunikation profitieren man trifft sich nicht mehr in der kafeteria oder im konferenztraum man trifft sich in microsoft teams man kommuniziert über zoom video communications wieder ein gewinner hello fresh wir gehen nicht in restaurants wir gehen ungern in supermärkte wir ordern nahrungsmittel boxen zum beispiel bei hello fresh ich bin investiert seit 20 euro ich bin 90 prozent aktuell im plus ebay die menschen haben zeit zu hause es die tausch ökonomie wird verstärkt sie missten ihre keller aus sie gucken was sie nicht mehr brauchen alles wird bei ebay eingestellt die einen verkaufen die anderen kaufen die aktie geht auf neue hofs paypal holdings der konsum kriegt nicht ein der konsum wird weitgehend auch sehr stark verlagert die verliere sektoren kennen wir fallen einzelhandel vor allem gastronomie es gibt auch viele gewinner sektoren paypal ist der bevorzugte digitale zahlungsdienstleister paypal hausiert es finden so viele transaktionen statt die menschen kaufen 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 sie kaufen online paypal ist der profiteur amazon ist auch der große profiteur der einzelhandel verliert amazon gewinnt amazon muss überall auf der welt mitarbeiter einstellen die diese logistik flut im blick haben bechtle eine t-dienstleister der unternehmen hilft sich digital zu organisieren wenn man einen digitalen arbeitsplatz braucht kann bechtle das für konzerne sehr schnell verwirklichen wir sind hier im aktien real geld depot auch investiert die aktie ist auf altseite thermo fischer scientific steht für eine von vielen firmen die im medizin technik sektor unterwegs sind die bedeutung der medizin technik branche wächst und wächst und wächst und solche firmen wie thermo fischer scientific profitieren home depot einer eine die größte baumarkt kette in den usa die menschen kaufen ein die menschen renovieren die menschen machen ihre bauprojekte handwerker boomen jetzt wird in viele dinge investiert übrigens auch private pools boomen man sieht das hier ja auch überall bauen sich die leute ihre pools in den garten in amerika genauso pool.com auf neue alzathos ihr seht irgendwie passt diese ganze welt sich die ihr hier in der presse und die ohren geschlagen bekommt nicht so ganz schlüssig zusammen mit dem was gerade alles entsteht mit dem was alles gut läuft personal company auch einer dieser firma ist einer der wichtigsten indikatoren für den bausektor auch für den privaten bausektor der vielleicht von beim in die statistiken vom öffentlichen bausektor nicht mit einfließt die verkaufen zum beispiel schrauben die schrauben hier mit über automaten könnte man übrigens in deutschland einführen wer zeit hat gibt es hier so noch nicht gibt es später nichts dagegen dass es hier auch so gut funktioniert hier auch die aktie ist in auf allzeit hoch die nachfrage nach den produkten geht durch die decke merotex pharmaceuticals wieder ein beispiel aus dem biotech sektor t-mobile usa die digitale datenkommunikation der digitale datenverkehr nimmt zu firmen wie t-mobile usa die profitieren zalando neben amazon auch einer der top auch einer der der top online shops die jetzt davon profitieren dass die leute eben einfach ungern mit der maske einkaufen gehen sie gewinnen jetzt kunden die nicht mehr weg bleiben werden viele menschen die davor sich noch nie bei zalando angemeldet hatten haben sich jetzt angemeldet lassen sich schuhe und kleidung nach hause schicken probieren es an schicken das was sie nicht wollen zurück viele menschen haben das nun zum ersten mal kennengelernt shop apotheke ich bin auch ich habe die aktie eine online apotheke schöpferische zerstörung die klassischen apotheken wie wir sie kennen verlieren die neuen online apotheken gewinnen genauso wie die digitalen rezepte wie bekomme ich ein rezept in den usa immer häufiger über teladoc health dort können ärzte sprechstunden komplett online komplett virtuell durchgeführt werden und dann wenn ich ein rezept brauche bekomme ich ein digitales rezept ein elektronisches rezept das ich dann zum beispiel bei shop apotheke einlösen kann ab 2021 wird das auch in deutschland so möglich sein das heißt wir sehen wie in rasender geschwindigkeit diese schöpferische zerstörung wütet alte sektoren werden zerstört neue sektoren entstehen und darum im endeffekt dass das skurrile das ja nicht paradoxe aber das seltsame ist dass covid 19 im endeffekt den strukturwandel die schöpferische zerstörung um zwei bis drei jahre beschleunigt hat all das was im verlauf der nächsten drei bis fünf jahre sowieso passiert wäre passiert jetzt wegen corona in viel viel kürzerer zeit und das ist glaube ich das wichtigste argument was die bären einfach nicht verstanden haben die bären haben einfach nicht verstanden dass corona eine enorme beschleunigung des strukturellen wandels darstellt eine enorme besteunigung der schöpferischen zerstörung sieht man vor allem bei fitnessstudios mir tun dir leid und bitte ich bin hier jetzt niemand der hier sachen vorstellt und das irgendwie wertet dass ich das gut finde nicht gut finde aber fitnessstudios sind ganz große verlierer die mussten lange zeit zu halten die haben jetzt strenge auflagen und viele menschen haben dinge probiert probiert wie peloton wie peloton ach ich weiß nicht wie das heißt ebikes mit großem monitor kommen gut an machen offenbar süchtig ich bin investiert ein kunde macht 17,7 workout im monat wie viele workout machen die leute im fitnessstudio es stimmt keine 17,7 workouts im fitnessstudio das heißt peloton vielleicht mal so aus peloton hat ein konzept hingestellt mit dem es jetzt auch die online fitness digitalisieren kann hier sieht man hier sieht man wie das aussieht hier man hat ein fahrrad mit diesem großen display und dann bekommt man online kurse und jetzt ist dieses geschäftsmodell ich suche ich suche etwas wo man das besser sieht ich will das besser zeigen ich hoffe der ton kommt zumindest gut an ich hoffe der ton kommt zumindest gut an so jetzt noch einen versuch noch einen versuch ich weiß auch nicht vielleicht haben die auch gerade probleme auf jeden fall das ist ein fahrrad da hockt man sich drauf mit großem monitor und die leute werden offenbar süchtig danach die machen im schnitt 17,7 workouts das heißt es wird auch diese branche der fitness nachhaltig verändern so leute genau hatten wir schon firstly komplett neue technologiefirmen stehen bevor firstly schätzen wir als multibäcker ein firstly ist ein ganz heißer kaufkandidat bei uns im tenbäcker depot es läuft gerade eine kapitalerung wir werten zu 90 prozent long game wir haben hier einen frühen bullen der ein potenzieller vervielfacher ist wir werden darüber im trading room und in den trading sektionen in den nächsten tagen sehr sehr viel berichten das sind diese neuen firmen neuen technologien die neuen strukturen die jetzt entstehen die jetzt gefragt sind so halten wir fest die bären erkennen nicht das neue digitale zeitalter schöpferische zerstörung findet statt der strukturwandel der jetzt noch drei bis fünf jahre gebraucht hätte hat sich nun innerhalb von zwölf oder wird sich innerhalb von zwölf monaten vollziehen wir sind in einer wirtschaft das ende des ölzeitalters ist eingeleitet öl wird disruptiert von der batteriezelle die batteriezelle wächst in der energiedichte aktuell um zehn prozent pro jahr schon in vier oder fünf jahren wird öl mit der batteriezelle nicht mehr konkurrieren können und da können die ganzen autoverliebten deutschen verbrennungsmotorverliebten deutschen noch so viel lamentieren diese entwicklung ist nicht aufzuhalten das elektroauto setzt sich nicht durch weil der staat das will er will es auch aber das ist nicht der eigentliche grund das elektroauto setzt sich durch weil es das bessere auto ist gegenüber dem verbrennungsmotor die batteriezelle wird günstiger sein die batteriezelle wird höhere reichweiten bieten und spätestens wenn die elektroautos in zehn jahren reichweiten von 1200 kilometer haben ohne probleme dann hat das jeder erkannt darum auch firmen wie varta sind jetzt für uns sehr sehr interessant es sind die firmen auch die für die neuen wirtschaftsstrukturen stehen die sich jetzt herausbilden wir werden enorme produktivitätsfortschritte sehen die börse weiß dass die börse an dass die börse an diese ganzen neuen firmen die am bau dieser neuen wirtschaftsstrukturen beteiligt sind aktuell auf neue hochs die bären erkennen auch nicht dass kobe 19 unter kontrolle ist es ist ein virus dass wir mit hygienemaßnahmen in den griff bekommen social distancing finde ich gut atemschutzmasken finde ich gut tests finde ich gut die bären versteifen sich immer so sie wollen keine lösungen sehen zum beispiel es hängt davon ab wie klug die menschen sind die politik machen in spanien haben sie gesagt vor wie wochen die sommersaison im urlaub ist gestorben das waren sehr dumme aussagen jetzt schwenken sie herum dann schaue ich gestern tagesthemen und dann stellen sie auf der ganzen welt vor wie die menschen konzepte irgendwo wo war das kroatien glaube ich die haben jetzt das konzept wenn man in den urlaub möchte macht man hier einen coronatest und bekommt ein gesundheitspass und dann kann man dort in den urlaub die andere möglichkeit ist man fliegt in das urlaubsland man lässt dort einen schnelltest machen und der negativ ist davon bleiben wenn der wenn der positiv ist dann muss man zurückfliegen das heißt kobe 19 ist unter kontrolle wie man es hygienisch in den griff bekommen kann das virus kobe 19 ist aber auch kontrolle dass man jetzt nach dem ersten schock versteht wie man das geschäft weiter betreiben kann wie man das business weiter betreiben kann und die größte wahrnehmungsstörung der zukunft existiert aus meiner sicht gerade noch in der luftfahrtsindustrie eigentlich jeder auch die fluggesellschaften selber sind der meinung es wird mit dem flugverkehr so nicht mehr weitergehen und alle werden sie falsch liegen die ganzen fluggesellschaften rund um lufthansa auch delta airlines south west airlines in den usa die verschrotten jetzt ihre ganzen alten flugzeuge und ich hatte hier schon viele diskussionen mit leuten die gesagt haben die werden nur stillgelegt und die flugzeuge kommen dann zurück nein das ist falsch die werden wirklich zu einem großen teil einfach verschrottet unwiderruflich stillgelegt die flugzeuge werden platt gemacht weil die ganze welt davon ausgeht dass diese flugzeuge nicht mehr benötigt werden das heißt in einem jahr wenn wir auf einmal merken hey alles kann weitergehen wir wollen also überhaupt kein problem mehr die welt wird sich weiter drehen der ganze flugverkehr wird wieder auf hochtouren laufen dann werden die flugzeuge die jetzt verschrottet werden werden jetzt bei werden dann bei boeing und airbus wieder bestellt boeing airbus das ist der big money trade für die nächsten beiden jahre wo man allerdings zugegeben viel fingerspitzengefühl braucht um das mit eventuellen kurzfristigen liquiditätsschwierigkeiten dass man davon nicht überrascht wird aber bitte wenn wir zwei jahre in die zukunft schauen dann bin ich mir sicher dass ich mit den großen mit der großen zweiten welle die jetzt stattfindet bei den konjunktursensiblen sektoren die von corona auch sehr stark betroffen sind dann bin ich mir sicher dass ich mit den drei genannten aktien sehr viel geld verdient haben werde das ist auch ein thema das wir bei trader fox in den trading sektionen und auch im trading room jetzt jeden tag thematisieren wir denken jeden tag darüber nach wann steigen wir bei mtu ein wann gehen wir eine gehebelte spekulation bei boeing ein es ist wie gesagt ich bin die feste überzeugung davon dass wie die mehrheit der menschen und wie die branche selber sich aktuell sieht dass das komplett falsch ist und es wird einen ganz großen bull market run in diesem sektor geben und hier auch noch mal effiziente märkte all das was ihr jetzt über die luftfahrts branche hört erklärt euch warum eine boeing gefallen ist von 400 auf aktuell 134 immer wenn ich sage ich bin so bullisch dann kommen diese ganzen kommentare ach bettschinger kommt du weißt doch gar nicht was gerade los ist dann kommen kommentare 737 max liegt am boden weiß ich natürlich aber in einem halben jahr wird die nicht mehr am boden sein und dann ist das der erste gesteiniger für die aufwärtszelle die haben ihre produktionen stilllegen müssen weiß ich ich weiß es alles die ganzen geschichten die jetzt dazu die immer jetzt dazu erzählen könnt erklären warum der kurs bei 134 weiß dollar steht und weil ich glaube dass diese ganzen annahmen über die zukunft falsch sind habe ich hier meine große chance die ich jetzt mit viel fingerspitzengefühl nutzen muss und nutzen werde und wir werden das bei trader fox in den trading depots hoffentlich auch sehr gut und gesetzt bekommen wie sieht unsere strategie in den trading depots gerade generell aus wir setzen auf firmen geschäftsmodellen die von den neuen wirtschaftsstrukturen profitieren das ist auch der grund warum wir auf allzeithoch sind wir haben wir setzen auch auf gold also wir haben im trading depot usa haben wir zwei gold aktien drin wir sind mit newman schon 17 prozent im plus bei gold wird aufgrund der ausweitung der zentralbankbilanz ein neuer super zyklus gespielt der ist möglich was meine ich damit mit einem neuen mit einem neuen super zyklus meine ich dass eine 30 jährige seitwärts bewegung eine 30 jährige seitwärts bewegung nun vor dem ende steht hier hier kennt das newman corp der weltweit größte gold produzent geht nun auf neue 30 jahre ressource es gibt also die chance auf ein gold super zyklus der jetzt startet wenn ich die sachlogik erkenne warum eine aktie auf 30 jahres hoch geht und die sachlogik ist diese noch nie dagewesene ausweitung der bedankungsummen und auch hier diskutieren sie bei facebook das war doch alles schon sagen sie nach der finanzkrise aber das ist alles falsch das war noch nie so nach der finanzkrise gab es gab es anleihenaufkaufprogramme die immer in der größe beschränkt waren nach der finanzkrise hat die fed keine unternehmensanleihen gekauft letzte woche kam dieser große tabu hoch letzte woche am dienstag hat die amerikanische notenbank zum ersten mal in ihrer geschichte unternehmensanleihen aufgekauft das heißt sie nimmt private schulden in die bilanz gegen frisch gedrucktes geld wir sind gerade in einer wir sind gerade in der phase in dem ersten in der die das grundgerüst für die modern monetary theory gelegt wird und in zehn jahren wird man das auch so nennen jetzt mit diesen tabu brüchen mit diesem regime wechseln das wird nicht ganz so lautstark kommuniziert man möchte niemanden verängstigen aber diese theorie die gut erforscht ist die wo es ganz viele wissenschaftliche publikationen dafür gibt die auch sehr viele prominente fürsprecher hat die wird nun die wird nun quasi in der praxis so ausgerollt das sind meine beobachtung ja und darum darum setzen wir bei trader fox auch auf gold weil ich damit rechnen dass die ausweitung der zentralbank finanzen bis jahres ende noch im gleichen tempo weiter gehen wird darum trader fox in unseren trader fox depots gehört auch gold zur aktuellen strategie so und jetzt tasten wir uns an die konjunktursensiblen sektoren heran wir haben das durchaus auch schon gut gemacht wir sind mit einer reinmetall sind wir jetzt deutlich vorne wir sind auch mit einer uber schon über 16 prozent im plus also wir sind aktuell auf einer welle des erfolges wir bleiben demütig wir versuchen das risiko absolut im griff zu behalten ich möchte nun noch das habe ich versprochen ein paar top picks präsentieren einmal unter den top picks bei den blue chips möchte ich den namen facebook nennen das ist die favorisierte aktie von uns im blue chip bereich 2 milliarden menschen nutzen wird eine monetarisierung findet noch nicht statt wenn ihr whatsapp auf macht ihr stoßt hier nicht groß über werbung ich glaube gar nicht gerne wenn man whatsapp auf macht keine werbung kein gar nichts wird einfach noch nicht groß monetarisiert wie groß das potenzial ist zeigt facebook mit jedem nutzer hat facebook 2 dollar 14 umsatzerlöse pro monat wenn es nun mark zuckerberg schafft und das wird er schaffen davon gehe ich aus mit jedem whatsapp nutzer auch nur einen dollar zu verdienen kann der gewinn um 24 milliarden nach oben schießen also ein dollar jetzt als gewinn beitrag wenn vielleicht der umsatz 1 1 1 oder 50 ist pro nutzer und die schritte die facebook jetzt macht und wo auch wir als traderfox damit arbeiten wollen die whatsapp business api geht genau in die richtige richtung wir als unternehmen werden dafür bezahlen dass wir sie als kunde kontaktieren dürfen und darum glaube ich dass die monetarisierung von whatsapp gelingen wird und das ist für facebook ein richtiger kurzzreiber ich bin investiert wir sind bei traderfox investiert eine super aktie ich möchte auch meine erkenntnis zu uber mit euch teilen uber ist noch spekulativ aber ein potenzieller vervielfachungskandidat was macht eigentlich über uber erfüllt einen mobilitätswunsch wenige minuten nach dem auftreten und das ist ein markt deiner purggraben logik folgt stellt euch vor ihr lauft aus dem haus raus ihr holt euer smartphone raus ihr drückt den uber knopf und dann steht 60 sekunden später ein fahrzeug vor euch mit dem ihr fahren könnt stellt euch vor ihr seid ein restaurant und ihr habt eine bestellung von fertig essen und ihr könnt in der küche absehen dass das essen fertig ist zur auslieferung und ihr wisst in drei minuten ist das essen fertig dann fordert ihr uber an und uber kann innerhalb von drei minuten eure mobilitätswunsch erfüllen das ist ein gigantischer markt und uber macht das bei bodendiensten die machen das im essensbereich die machen das natürlich auch im mobilitätsbereich ich nenne diesen markt ad hoc ad hoc logistik ich bin der überzeugung dass es ein monopolmarkt ist weil wenn einer dieser dienstreiter in der stadt dominieren ist stellt euch vor uber hat dann in new york 10.000 fahrer ihr werdet als kunde werdet ihr uber nehmen weil ihr wisst ihr hatten 10.000 fahrer die können euch diese ad hoc logistik bereitstellen wenn ein neue wenn eine neue firma in diesem markt rein will muss ihr erst einmal diese 10.000 fahrer sofort bereitstellen das ist zu teuer das ist nicht realistisch darum wir haben hier eine markt der hier entsteht der ad hoc transporte der zu einer burggraben tendenz führt uber ist hier der derzeitige marktführer und ich glaube die können das weiter ausbauen auch mit uber eats dessen lieferdienst hat 98 prozent wachstum gehabt im ersten quartal viele amerikanischen restaurants auch große restaurantketten bauen ihre lieferdienste nicht selber auf sie setzen auf uber eats also hier ein spekulativer top pick von uns ist uber genau und dann aktien für die zweite welle wir werden nun als nächstes anfangen die konjunktursensiv den zykliker aufzukaufen luftfahrtsbranche habe ich schon genannt eine airbus eine boeing in amerika eine mtu aber auch bei den maschinenbauern bei den anlagenbauern liegen wir in wartestellung bei einer dirt zum beispiel das ist aber eher eine spekulative variante sehr gute chancen risikoverhältnisse sehen wir bei norma group die in der die wegen der schwachen autobranche etwas unter druck sind die aber noch viele andere vielversprechende geschäftseinheiten haben rund um wasser aufbereitung zum beispiel wir sehen die chancen für eine zweite aufwärtsfälle jetzt bei einer elmas die aktie hat sich auch mal kurz halbiert aber auch hier dürfte das stimmste nun vorbei sein und nun wird hier demnächst die die erholung gespielt genau und so gibt es noch 10 20 weitere aktien die wir immer den ganzen tag in unseren trading sektionen besprechen wenn ihr von meinem wissen profitieren wollt und von trader fox research allgemein dann braucht ihr im endeffekt bei der box live trading wenn er eher als trader unterwegs seid oder das fenbecker depot wenn ihr als anleger unterwegs seid ich zeige mal wir zu trader fox live trading kommt auch trader fox de müsste hier auch bestellen gehen dann könnt ihr hier das gleich trading paket bestellen für 49 euro im monat ich stelle das online chat ein genau hier oder für die anleger das tenbecker depot das tenbecker depot wird persönlich von mir geführt wir sind mit realem geld geführt mit realem geld von trader fox 100.000 euro haben wir reingesteckt wir haben ja nur angefangen vor dem crash obwohl wir vor dem crash angefangen haben betragen und obwohl wir nicht ganz investiert sind sind wir schon haben wir schon 12.000 euro verdient wir sind 80 prozent vorne mit zola edge wir sind 50 prozent vorne mit nvidia wir sind 30 prozent vorne mit kompokon also hier suche ich die aktien persönlich aus im aktien bellenberger depot es gibt noch den einführungspreis bis 31.05. nur 29 euro pro monat statt 39 euro wenn euch das interessiert das thema dann schlagt am besten jetzt zu genau das sind die zweiten kanäle wie ihr von meinem wissen und von unserem research profitieren könnt wichtig war mir heute dass ihr folgendes versteht diese ganzen negativen nachrichten die ihr gerade lest sind effiziente märkte theorie in den kursen drin ich glaube persönlich dass diese zukunftsskeptisch komplett falsch ist sie ist komplett falsch weil man den prozess der schöpferischen zerstörung ich zeige es noch mal hier gerade nur von der seite der zerstörung betrachtet man schaut auf die dinge die gerade zerstört werden einzelhandel teilweise auch gastronomie und zieht nicht die andere seite der neu erschafften wirtschaftsstrukturen dann ist mir wichtig dass ihr versteht dass wir gerade in einer und in einer historischen trendwende bei der geldpolitik befinden die größte der größte oder die größte zäsur der geldpolitik seit den 1930er jahren was war in den 1930er jahren das damals gab es den goldstandort wegen dem goldstandort gab es die wirtschaftskrise weil alle oder weise gut wie alle banken einfach pleite gingen es gibt es gab gold es gab bankruns das geldsystem war mit gold gedeckt das heißt die menschen sind auch die bank gerannt wollten ihr geld abheben es gab keine zentralbanken die aus dem nichts neues geld erschaffen konnten das heißt die menschen waren die banken waren dann einfach pleite das finanzsystem ist kollabiert dann hat man erkannt dass das nicht gut ist und dann wurde das moderne zentralbankensystem erschaffen das hat jetzt 80 jahre lang recht gute arbeit geleistet und nun wird ein transformationsprozess stattfinden indem die notenbanken direkt staatliche ausgaben finanzieren und in den überschuss liquidität über steuern abgeschöpft wird als eine komplette neue ära des geldsystems und das findet gerade auch statt ich möchte dass ihr versteht dass die ausweitung der bilanzsummen weiter anhalten wird und diese liquidität wird in den aktienmarkt gehen und in den goldmarkt sie wird weniger in den anleihenmarkt gehen und auch weniger in den immobilienmarkt das ist unsere these bei traderfox ja und dann möchte ich dass ihr bitte versteht dass kobe 19 intellektuell besiegt ist es ist kein virus es ist ein virus es ist kein horror virus es springt euch nicht über fünf meter an es fliegt nicht über die luft auf euch zu und stürzt sich von oben wie ein vogel auf reich ist ein virus das über social distancing und über hygienemaßnahmen und über atemschutzmasken kontrollierbar ist es ist ein virus mit dem auch die wirtschaft umgehen kann und darum sind diese ganzen horrorszenarien die immer noch an die wand gemalt werden wenn ich dem lauterbach nur zuhören ich kenne den lauterbach erkennt ihr bestimmt diesen schwarzmaler der spd glaube ich ja also wenn man dem zuhört der würde der würde deutschland in einen jahrhundertelangen tiefschlaf ersetzen und am ende nach der lauterbach nach der lauterbach politik dann wäre nix mehr übrig aber genau aber von solchen überlegungen ist gerade immer noch das öffentliche meinungsbild dominiert meine einschätzung ist es ist komplett anders es ist kobe 19 ist intellektuell besiegt es wird keine zweite welle geben die menschen haben es im griff nur noch die politik kann sich hier selber besiegen aber mit fünf vernünftigen menschen ist alles gut machbar man zieht das ja auch schon auf der welt und jetzt kommt und diese nachricht habe ich mir für den schluss aufgehalten aufgehoben folgende nachricht habe ich mir jetzt echt bis zum ende aufgerufen und damit könnt ihr eure ultimative bären thesee testen bitte antwortet ehrlich ich frage euch jetzt etwas und ihr sagt bitte ob euch ob er das mitbekommen habt oder nicht habt ihr mitbekommen dass in china die industrieproduktion im april um 3,9 prozent gewachsen ist bitte schreibt ja oder nein die chinesen haben das ganze zwei bis drei monate früher durchmachen müssen und hier kann man sehen dass kobe 19 intellektuell besiegt ist sie hatten jetzt im april 3,9 prozent industrieproduktionswachstum was natürlich zugegeben auch damit zu tun hat dass sie jetzt quasi für die rest für den rest der welt das produzieren was wir selber nicht hinbekommen weil wir in diesen block downs drin waren aber japan china südkorea zeigen wie man wie eine wirtschaft mit kobe 19 laufen kann so das war's von meiner seite ich freue mich wenn ihr bei uns mit lest bei trader fox live trading oder im tenberger depot ich bin ein budde ich hoffe ich konnte euch heute von ne hoffe ich gar nicht ich wollte euch einfach meine argumente mitteilen was ihr damit macht ist eure sache aber genau das hoffe ich ich hoffe ich konnte mal ein etwas anderes bild vermitteln als das was man von 95 prozent der der anderen jahren menschen presse was er sich mit über mittels mitgeteilt bekommt ich denke ich liege richtig ich denke die anderen liegen falsch so das war's von meiner seite dann viel erfolg an der börse tschau das war's von meiner